Herzlich Willkommen bei dieser Aufnahme, die zehnte Welle beginnt. Das kommt von Maya Kalender. Das ist ein ganz altes Kalendersystem, ein sehr präzises Kalendersystem. Bei diesem Maya Kalender gibt es 20 Wellen oder Schwingungen, Frequenzen. 23. Dezember 2019 beginnt die zehnte Welle und das dauert bis 4. Januar 2020. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. 23. Dezember ist der erste Tag dieser Welle und das eignet sich sehr gut für ein Neubeginn oder Neuorientierung oder klare Entscheidungen zum Treffen, die Richtung bestimmen. Es ist sehr gut, etwas Neues starten oder Schritte machen, eine Richtung, was für uns wichtig ist. Die heutige Tagesenergie heißt SNAP. Nicht nur im heutigen Tag wirkt SNAP, sondern beherrscht die zehnte Welle und damit bestimmt die Grundthematik. SNAP bedeutet übersetzt Spiegel und das heißt, es wird etwas gespiegelt in unserem Leben oder wir spiegeln etwas für anderen. Diese Energie beschreibt auch die Licht und Schatten, dass wir beide Seiten die Münzen anschauen sollen und so unsere Wahrnehmung stärken. Bei diesem Licht und Schatten ist wichtig die Klarheit. Es ist gerade aktuell etwas klären oder aufklären. Hier aufheben wir die Illusion und möchten Klarheit oder etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Diese Phase beschreibt man auch durch Trennen der Schleier, damit wir den Überblick haben über etwas, was uns gerade wichtig ist. In diesem 23. Dezember werde ich ein Ritual machen über Themen, was wir aufklären möchten in unserem Leben oder wo wir Klarheit brauchen. Dieses Ritual eignet sich dafür, unsere Schattenseite hinter uns lassen, durchtrennen diese Schleier und das bedeutet auch Angst, Befreiung. Die Stolpersteine aus dem Weg räumen, auch die Unklarheiten, nicht nur unserem eigenen Leben, sondern diese Klarheit verlangen, auch von anderen oder die klaren Entscheidungen oder klärenden Gesprächen führen. Ihr könnt in diesem Ritual teilnehmen, wenn etwas unklar, undeutlich ist in eurem Leben oder wo ihr die Wahrheit sucht und diese Klarheit oder eine Neuorientierung. Damit dieser nebelartige Zustand aufhört und habt ihr die Klarheit über euren Leben oder in einer bestimmten Situation. Natürlich überträgt sich das auch auf euren Wunschpartner, dass endlich er klärt etwas mit euch. Also dabei hilft dieser Ritual auch. Das beginnt um 22 Uhr. Ihr könnt auf dieser Ritual anmelden. Mein E-Mail-Adresse ist ritual-at-dender-suzanna-medici.com Mein Honorar beträgt als Energieausgleich 10 Euro. Die heutigen Krafttier ist Schwertfisch. Schwertfisch als Krafttier hilft uns, Stärke zu zeigen. Reagieren gegen Angriffe, uns wehren, hilft auch unserem Sprunghaftigkeit in den Griff zu bekommen, lässt uns inspirieren, damit unsere Träume wahr werden und aktiviert Anziehungskraft. Die heutigen Halbedelsteine, was uns energetisch unterstützt, ist Obsidian. Obsidian gilt als Heilstein, hier besonders bei Ängsten. Wenn wir Angst haben, dann sollen wir Obsidian auf die Stirn halten, löst Blockaden auf und sorgt für Energiefluss. Und damit wirklich alles im Fluss kommt, sollen wir noch etwas klären, aufklären oder Klarheit bekommen. Und dafür empfehle ich die Ritual am 23. Dezember 2019 um 22 Uhr. Ich bedanke mich für euren Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Eure Dendera Ja. Eure Dendera F&B F&B